moin meine lieben freunde wenn weiter wieder am stessel freunde diesmal sieht ihr nicht meine fratze sondern heute gibt es mal ein bisschen was zu lernen und ganz wichtig wir präsentieren ja airsoft waffen die halt für beziehungsweise aus dem warzone game sind und da habe ich mir extra die mühe gemacht für euch damit ihr auch mal ein bisschen was lernen können und natürlich auch eventuell irgendwann mal dabei seid bei der session die wir vorhaben ich stelle euch heute vor die glock 17 und noch mal eine glock 17 die eine ist aus der vierten generation das ist diese hier und eines aus der fünften generation das ist die hier meine freunde und zwar geht es gleich los und zwar die glock ist ja eine sehr oder beziehungsweise die glock der vierten generation ist wahrscheinlich eine der beliebtesten kurzwaffen auf dem markt und würde in uns zähligen stückzahlen an behörden militär und sportschützen verkauft also die originalen modelle also die scharfen waffen nicht die airsoft natürlich die werden zwar auch häufig verkauft aber naja ihr wisst was ich meine der hersteller vfc in kooperation mit umarex hat diese glock 17 nämlich generation vier inklusive aller details als airsoft pistole mit blowback auf den markt gebracht das bedeutet dass diese waffe also diese dass die vierte alle markings und optische eigenschaften von der echten glock hat da dürfen uns also sehr darüber freuen ich habe auch schon ein paar mit der geschossen ist mega wenn ihr da irgendwelche videos haben wollt könnt ihr euch da gerne einmal schlau fragen oder bzw schreibt es in die kommentare und dann mache ich für euch ein video so kommen wir nun bei der glock der vierten generation zu dem lieferumfang wir schauen mal rein so ich hatte den beipackzettel bzw bedienungsanleitung habe ich einmal rausgenommen erstmal nicht wichtig brauchen wir gar nicht so wir gucken was drin ist also erstmal natürlich die glock wenn ich mal kurz beiseite und hier unten ist noch was drin und zwar ein neues griffstück finde ich mega allerdings finde ich das ein bisschen doof oder bzw schade dass bei diesen ich sag mal die sind ja jetzt nicht auch nicht so günstig das heißt ich sag mal preis leistung ist in ordnung aber ich finde man hätte da irgendwie so eine kleine kiste machen können oder so eine waffen box finde ich immer ganz schick und nett anstatt so ein holzkarton das ist immer nicht so der hit egal kommen wir auf die waffe zurück so hier seht ihr die ganzen markings auf jeden fall meine freunde glock 17 generation 4 austria 9 x 19 dann haben wir hier die serialnummer natürlich darf das f nicht fehlen hallo da haben wir 6 mm bb das f ganz wichtig und die seriennummer einmal von der anderen seite von der hinteren von der hinteren sicht produkt auf glock da haben wir noch mal das glock emblem alle markings hier ist die sicherung von unten auch noch mal marking auch mit nummer griffstück hier das finde ich allerdings ein bisschen schade dass sie das hier offen gelassen haben das gefällt mir nicht so gut muss ich ehrlich gesagt sagen aber ich finde es hat was ich finde es hat was ist jetzt nicht so mein fall aber es könnte auch anders laufen so gucken wir nach magazin hier haben wir nicht das typische magazin was mit der co2 kartusche befüllt wird oder beziehungsweise ausgestattet wird sondern hier haben wir ein aussatzventil beziehungsweise wo das das druck den druck abgibt über diese öffnung der ist hier unten befüllt wird das manchmal ein bisschen schick die man schon muss man das rein drücken aber man kriegt es auch nicht ganz gut nach vorne geschoben so zack klick hat es gemacht da befüllt man das im ventil ist auch sehr gut zu befüllen weicht nicht so viel druck ab wenn man das befüllt also mega an der stelle erst mal zack zu beladen ganz normal das kennt ihr mittlerweile wenn euch da mit dem thema ein bisschen auseinander gesetzt habt es passen tatsächlich 17 plastik bbs hier rein wie man hier unten sieht ich gucke mal bis meine kamera das fokussiert hat und wir selber fokussieren so zack 17 bbs kommen da rein und dann könnt ihr das befüllen magazin einführen ausbohrfenster auch mega wieder bei der das wird bei der anderen ein bisschen anders sein aber das werdet ihr gleich sehen bei der fünften generation so dadurch dass er die vierte generation ist hat sie vorne den schlitten die oberseite des schlittens der ist gerade wie ihr das auch kennt deswegen vierte generation ganz normal markantes auftreten so kommen wir nun zu den produktdetails und der glock der 17 der vierten generation so kalibern mit ganz normal 6 mm plastik bbs der antrieb ist natürlich das airsoft gas die magazinkapazität liegt tatsächlich obwohl 16 beziehungsweise 17 aufsteht bei 23 schuss ich habe 22 rein bekommen die länge beträgt 204 mm das gewicht sind ja liegt relativ gut in der hand auf jeden fall gewicht liegt bei 659 gramm und die geschoss geschwindigkeit liegt bei circa 100 meter die sekunde das entspricht einer juhl anzahl von max ein juhl so blowback funktion klar ist bekannt beim schießen schnell der schlitten zurück und das ist die blowback funktion hersteller ist vfc einzel einstellbar ist shut up da kommen wir im nächsten video zu und ja die artikelnummer hat aber die ist unwichtig für euch in diesem sinne das war die glock 17 der vierten generation so einmal weg mit ihr zack jetzt kommen wir zur glock 17 der fünften generation eingeknickt geil so das kennen wir mittlerweile die betriebsanleitung so ja klappt ein bisschen finde ich aber gar nicht so schlimm ist ein bisschen schwer schwerer aber liegt genauso gut wie die andere auch in der hand wir haben wieder das öffentlich stück hier hinten aber zu den markings kommen wir jetzt meine freunde im lieferumfang ist bei der fünften generation einmal die glock natürlich enthalten einmal ein werkzeug für die co2 kartusche und das war's und eine kugel kommt wahrscheinlich deswegen weil ich da einmal mit geschossen hat so wir stehen die karton einmal und dann erzähle ich euch mal was zu der so glock 17 fünfte generation und einmal die nahe ansicht da glock auch die markings wieder drauf gen5 austria 9x19 natürlich auch die sicherung das f ganz wichtig so hatte ich eben gerade schon bei der anderen glock erwähnt auch wieder schön beschriftet und zwar gefällt mir das zum beispiel hier nicht so gut dass sie so ein bisschen klappert hier vorne aber sie ist deutlich schwerer beziehungsweise gefühlt deutlich schwerer als die andere aber jetzt kommen wir zum wichtigen da ist nicht so schick gemacht also sprich im vergleich kann ich euch das gerne nochmal zeigen und zwar hier hat man das gefühl da hat man irgendwie ja weiß ich auch nicht das kommt halt nicht so echt drüber wie bei der hier einmal den vergleich hier hat man schon eher das gefühl dass man eine echte in der hand hat bei der obwohl die die aus der fünften generation deutlich schwerer ist und haptisch einfach mehr ein bisschen mehr hergibt vom nur vom gewicht her sonst haben die beiden sich gar nichts so das erstmal dazu packt die mal kurz weg so ja was ich gesagt hatte und zwar hier fünfte generation vorne der schlitten ist abgerundet finde ich gar nicht mal so hässlich gefällt mir ziemlich gut hier seht ihr das ziemlich nice sehr gut eigentlich ehrlich gesagt bleibt abgerundet hinten ist er immer noch normal an visierung folgt über kim und korn wie ihr sehen könnt nice so was können wir noch sagen achja mit triggerpunkt geil auf jeden fall die sicherung sonst so geht es nicht man muss auf jeden fall sicherung und dann kann man erschießen zum magazin magazin ganz normal jetzt sind wir einmal hier unser werkzeug ich nehme das einmal kurz raus so wie bei der anderen auch nach vorne schieben dann habt ihr hier den für den imbus schlüssel der passende loch bisschen aufdrehen co2 kartusche rein zack und zudrehen bis ihr einen zwischen hört ich mache das jetzt nicht weil das ich glaube ja genau eine neue co2 kartusche ist ja wieder zudrehen einmal einen schnellen ruck machen beziehungsweise einmal ein bisschen mehr schneller drehen damit da kein beziehungsweise nicht so viel gas entweicht einmal zu klicken bbs reinfüllen ebenfalls dieselben bbs wie bei der anderen auch so ja wie gesagt diese hat allerdings zwei joule und auch die blowback funktion also sprich beim schießen geht der schlitten zurück und 14 kugeln bbs plastik bbs können hier rein ja semi auto 6 mm kugeln und auf jeden fall ist das eine authentische nice glock freunde ich hoffe euch hat das video gefallen für mehr davon lasst mir gerne ein follow da und abonniert den kanal auf jeden fall und schreibt mir gerne in die kommentare in diesem sinne würde ich sagen wenn ihr spaß habt und spaß haben wollt holt euch so ein ding natürlich gibt es die erst ab 18 weil die über 0,5 joule haben ganz wichtig zu wissen und bei weiteren fragen gerne mich anschreiben ich bin für euch da in diesem sinne bis dann auch und auch auch